Hallo, hier ihr kleinen Sporen und willkommen zu Deine Mudd... Uiuiuiui, vielleicht so viele. Halt, Deine Mutter! Warum muss auch gerade jetzt die Muni leer gehen? Finde ich gerade nicht sehr... Halt da mal die... Och nee. Der muss jetzt nicht sein. Waaah! Drecksack. Ha! Müssen da jetzt so viele kommen? Ich seh nichts. Los, alle! Findet die Auserwählte! Sie gehört mir! Der wird verrückt. Okay Nimm mal deine Tabletten Boah Okay Der wird gerade ein Bild, der dreht gerade durch Was? Hab ich doch Ich hab jetzt die mittlere Maustaste gedrückt Ernsthaft Habt sie auch gesehen Nochmal Das war's mit dem Versteckspiel Hä? Hä? Warum? Scheiße so Ich schieße jetzt mal in die Wand Das ist doch Ich hasse sowas Man macht es und es funktioniert nicht Ich hasse sowas Okay, komm Leck mich doch Warum geht es denn jetzt nicht? Worauf soll ich denn schießen, bitte? Ja, ja Das haben wir ja schon Na also Ach Scheiße Lauf, ihr dreckigen Mistkerle Ich fliege euch alle Tja, das wird's jetzt gerne wissen, ne? Ja So Jetzt geht's mal richtig auf die Kauleiste Ui, ja, ja, ja Wo ist er? Da oben So Granaten einsacken Ach Und sicher jetzt aber ja na danke man ich kann mich nicht mehr konzentrieren gut dass hier ein Lager ist dann kann ich jetzt mal eine Aufnahmepause machen tue ich mal kurz was essen und was trinken und dann mache ich gleich mal eine neue Aufnahme von einem neuen Game ja so gut ist gespeichert und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play 2 Raider am 10.11 jetzt habe ich für über eine Woche aufgenommen das heißt knapp 3 Stunden Aufnahmezeit na klar bin ich so fertig ok gut wir sehen uns morgen wieder auch wenn du jetzt gedacht hast das Video ist komplett zu Ende hast du dich geschnitten ich wollte noch sagen ich bin nicht nur auf YouTube vertreten sondern auch auf Twitter und Facebook auf Follow oder Gefällt mir klicken je nachdem der Link ist unten in der verkackten Videobeschreibung direkt über meinem Freund und ja wenn du das gemacht hast verpasst du absolut kein Video und ja schau mal vorbei da geht's da geht's da geht's Vielen Dank.